Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown-Part. Wir spielen dieses Mal im Ungeused hier und unser Team besteht aus Dumm-Immissel, Gastron, Sliderwing, Salamence, Forstelker und Blitzer. Wir spielen hier ein Gedankengut Dumm-Immissel, also die Entwicklung von Dumm-Immissel, mit Ruhrort, Boomwurst und Shredderball. Vielleicht kann ich sie auch zum Sweep ansetzen. Das Item müssen wir schnell zu den Überresten ändern. Gut, dann haben wir noch ein speziell defensives Gastron mit den Tarnsternen, Recover, Earthpower und Surfer. Dann haben wir ein Boost-Energy Sliderwing, das heißt wenn es reinwechselt, stärkter Angriff um 30% und kann dann guten Schaden raushauen mit Close Combat, Flare Blitz, First Impression und Erdbeben. Es könnte zum Beispiel auch Kehrwände, aber da wir es mit Boost-Energy spielen, denke ich, brauchen wir oder sollten wir hier nicht Kehrwände spielen. Dann haben wir noch ein Drachentanz, Brutalander mit den Lumberry, Dragon Dance, Dude, Wingbeat, Earthquake und Roost. Mit den beiden Attacken müsste es eigentlich alle Pokémon mindestens neutral treffen. Wir haben die Lumberry, so kann uns verbrennen und wir heilen natürlich dank der Brunospeere. Dann haben wir noch ein physisch defensives, liebe Forstelica mit der Citruspeere. Es kam Buddy Breath, Rapidsman, Volt Switch und Spikes. Wir spielen hier die Stachler statt den Tarnsternen, da wir auf Gastrodon schon die Tarnsternen spielen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Wale-Class-Jordion mit Terrorblast, Typ Ice, Volt Switch, Donnerblitz und Spukball. Das ist unser Team. Ich hatte Bock auf Blitzer. Ich wollte noch einmal Dumm-Immiselle probieren. Der Name ist trotzdem immer noch dumm. Aber ich denke, das wird schon passen. Bis gleich. Unser Gegner hat vier neue Pokémon, nämlich Gloves, Celestis, Sableyei, Wugin, Sliderwing und Armor Roach. Okay, gut. Mit welchen Pokémon könnte er leaden? Vielleicht kann das Gloves... Gloves? Komisch noch an dem Englischen. Die Rocks rauslegen. Wir werden jetzt einfach mal mit Jolteon leaden. Und ich hätte jetzt nicht Zweikämpfe haben sollen. Okay. Egal. So. Wir werden hier einfach auf Volt wechseln gehen. Wugin kommt rein. Dark Grass. Wir können in Sliderwing gehen. Wir bekommen den Boost. Und können jetzt schon Pression. Wir können hier eigentlich immer Flareblitz drücken. Und hat er den Bedroher aktiviert? Egal. Gloves kommt rein. Flareblitz macht keinen Schaden. Wir gehen jetzt auf Erdbeben. Die Attacke macht insane Schaden. Und der nächste Gegner hat noch nicht den Time aktiviert. Also können wir das jetzt noch ignorieren. Mit Erdbeben können wir das Ding besiegen. Nice. Jetzt steht es 6 zu 5 für uns. Und der Gegner hat aufgegeben. Das sehen wir uns gleich in dem anderen Kampf. Gut. Unser nächster Gegner hat Screamtale, Staraptor, Mismatches, Locario, Maske Regen und ein Toxtricity. Wir werden mit Jodeon leben, denn er hat keinen Boden-Pokémon. Und wir können so einfach mal rauswechseln mit Vault-Wechsel. Wer dann drin bleibt, predikten wir einfach mal Spookball oder Will-O-Wisp. Und da bietet sich unser dumm Emicel. Ja, der Name ist immer noch Kacke. Aber egal. Wechseln wir es in dieses Pokémon. Was will dieses Pokémon tun? Nasty Plot. Okay. Wir können hier Call minten. Hat der Terroblast Kampf? Hm. Das ist die Frage. Ich hoffe mal nicht. Gut. Generell, ich denke, Blitz ist unsere Wing-Kun. Könnte man sagen. So. Gut. Dann gehen wir auf Spookball. Dazzling Klim kritet. Sonst hätten wir wahrscheinlich 2 überlebt. Schade. Der Drop ist egal. So brauchen wir das Pokémon nochmal. Könnte es was reißen. Ehrlich gesagt nicht, denn die physischen Pokémon können alle Nahkampf. Schade. Wir gehen dann einfach in Toldion und drücken Vault-Switch. Ob wir das mismatchen oder bekommen ein anderes Pokémon guten Schaden. Ich sehe es ein Team an. Und da denke ich mir. Ja, Brutalander geht da eigentlich ganz gut durch auf Plus 1. Wie sind die Werte von diesem Pumluf-Klon? Keine Ahnung. Data. Scream. Tail. Ja, okay. Die defensiven Werte sind okay. Knutluf nur in viel, viel stärker. Aber das Pokémon kann immer noch keinen Schaden raushauen. Gut. Vault-Weckel ist hier auf jeden Fall die optimale Wahl. Das steht somit fest. Passt. Er stirbt. Dann können wir in Slider Wing gehen. Und triggert sich Boost Energy immer, oder was? Ja, okay. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir das Item nicht mehr gut. Wir sind langsamer und wir gehen auf First Impression. Er geht in Nocarius. Bekommt guten Schaden. Wir gehen jetzt auf Flare Blitz. Ja, er hätte mit Sturzflug uns Safe gekillt. Okay, dann opfert er Staraptor. Oder auch nicht, lol. So, brauchen wir noch Slider Wing. Wir können in Fastelka gehen. Denn Brave Bird reicht nicht aus. Und das Pokémon macht ja trotzdem immer noch guten Schaden. So, wir legen jetzt mal die Spikes raus. Brave Bird killt uns in der nächsten Runde und in der übernächsten Runde noch nicht. Da wir das schöne Item Citrusbeere haben. Also passt das schon. Die Spikes brauchen wir auf jeden Fall, dass er keinen Fokus-Gut-User mehr hat. Denn Lucario trägt gerne dieses Item. So, er geht auf Brave Bird. Die Citrusbeere kommt. Er bekommt Schaden. Gut, Spikes. So, wir werden jetzt Vault-Switch drücken. Okay, Brave Bird. Ich dachte mir, dass er vielleicht hier rauswechselt würde, da er Spikes predicted. Aber nein. Okay, gut. So, Vault-Switch. Ja, wir werden jetzt Fastelka sowieso opfern. Er kann keine Hazards rauslegen. Oder was kann dieser Pummeluf-Klon? Screamtale. Das interessiert mich gerade. Screamtale. Kann man den irgendwie gut spielen mit Wish-Protect? Lol, den kann man sogar so gut spielen. Boom-Burst bringt nichts. Ne gute Vicarage hat der Nasty-Bloat zumindest. Sonstens. Okay, ich hab kein Call-Mind. Und Ballgab. Aber... Das Pokémon kann kein Damage austellen. So, wir gehen jetzt auf Vault-Switch. Und gehen jetzt in unser Selements. Und drücken jetzt einfach mal Dragon Dance. Und das müsste jetzt ein Sweep von unserem Brutalander sein. Denn auf Plus Eins sind wir schneller als alle Pokémon von ihm. Eisbeam-Maske-Regen. Heilige Macaroni. Ja, dann gehen wir aufs Donnerblitz. Oder auf Vault-Switch gehen wir hier. Eisbeam-Maske-Regen. Spielt man das auf das Pokémon? Wir können es... Wir haben jetzt vielleicht das Game weggeworfen. So, wir gehen in Gastrodon. So, und opfern dann Fastelka. Okay, Glukario ist auch schon angechippt. Er geht in Toxtricity. Keine Ahnung. Wir gehen in Fortress. Warum holst du dieses Pokémon rein? Boomwurst. Okay. Das heißt, wir gehen in Gastrodon. Und drücken Earth Power. Denn wir werden safe. Ein Boomwurst überleben, da wir speziell defensiv sind. Fast Impression von unserem Slider Wing ist nützlich. Und ich merke gerade, das Screamtail ist jetzt der schnellste Mann. Gut, Earth Power killt das Toxtricity. Gut. Haben wir von dem Lucario schon etwas gesehen? Nein. Was kann dieses Pokémon? Wir gehen jetzt einfach mal auf Recover. Um zu sehen, was dieses Ding tun wird. Hoffentlich boostet er sich jetzt nicht. Wenn es sich boostet, dann haben wir vielleicht sogar das Game verloren. Oder hart können wir es nicht in Slider Wing rauswechseln. Er balkt ab sich. Okay, dann gehen wir in Cholteon. Holy Shit. Das Game haben wir somit verloren sogar. Oh, ich wollte ja so einen Schaden. Dieses Pokémon ist weak. Und dann verlieren wir gegen dieses Pokémon auch noch. So, Terror, Lysation. Nein. T-Bowl. Dem all. Vielleicht bekommen die Para. Aber ich denke es nicht, dass wir überhaupt eine Attacke von diesem Pokémon überleben werden. Aber gut. Wir sind immer noch schneller. Psychic Fang killt uns. Leider kein Flinch. So. Deswegen ist es in Slider Wing. Müssen wir jetzt First Impression drücken. Wir sind langsam. Also gehen wir auf First Impression. Und machen okay einen Schaden. Psychic Fang killt uns. Und leider haben wir auf diesem Pokémon... Ja, der killt uns jetzt safe. Drain Punch kann der auch noch okay. Drain Punch killt uns leider. Aber der macht auf bloß... ...340% Schaden. Aber dass wir es gegen einen Boost... Puppenluftklon verloren haben, schade. Aber wir suchen gleich den nächsten Gegner. Der nächste Gegner hat... Bellybolt... Sea Titan... Daxman... Brutbonnet... Glow von Kolossal. Okay. Kann er mit einem Pokémon die Hässer zu empfehlen? Ja, mit dem Kolossal. Und wir... Und jetzt wieder kein Ground-Type, oder? Dann können wir eigentlich mit Joltion leaden. Gut, den Timer starten wir Bellybolt. So... Was will der jetzt rücken? Wir haben Volt Absorbed. Dann gehen wir einfach mal auf Spukball. Keine Ahnung, was dieser Punching-Bag noch tun könnte. Er hat auch kein Normal-Type. Sehe ich gerade. Also passt das schon, wenn wir auch hier Spukball drücken. Wir könnten hier auch Vow-Switch drücken für die selbe Variante und dann in Gastrodon gehen. Und ich sehe gerade, das werden wir auch machen, wenn er hier nicht rauswechselt. Wenn er hier rauswechselt, dann sieht das sehr gut für uns aus. Aber... Hmm... Brutalander könnte hier sweepen. Wir treffen vier Pokémon sehr effektiv. Wenn das Eis und Feen Pokémon... Wenn die beiden Pokémon gechippt sind oder besiegt sind, dann gewinnt hier eigentlich immer Brutalander. Wenn er den Immungus-Klon rein holt, dann werden wir versuchen einfach mal mit unserem Brutalander zu setupen. Und nachher, wir können nach den U-Bahn auf Masquerade wirklich Eisbeam spielt. Eine Käfer-Tacke, Eisbeam, Sticker-Web und Quiver-Dance, oder? Okay, ein Schordenschild konnte man das nicht benutzen. Wie spielte man das in der siebten Generation? Sticker-Web, ja, genau wie ich es gesagt habe. Keine Ahnung, warum er es dann mit Eisbeam spielt. Aber, ja, das hat uns das Game gekostet. Also, Props an ihn. So, der Gegner hat leider aufgegeben. Dann werden wir einfach mal den nächsten Gegner suchen. Und er hat folgende Pokémon, das sind... Haha, wozu gehen? Gastrodon, Sliderwing, Salamence, Fortress und ein Joel... Äh, Gastrodon, Tinkerton, Hydreion, Galate und Rotom, Heat. Gut, wir lieben einfach mal mit Joltion. Ich frage mich gerade, ich merke wirklich, dass man Gastrodon sehr gerne sieht. Deshalb frage ich mich, sollte ich auf Joltion statt Terra Blast Ice, Terra Blast Crash spielen? Aber, he tankt mir der Scarf, das ist gut zu wissen. So, unser Dummeisel kann sich Setupen, wenn das gelayt down ist. Okay. Wir gehen jetzt in Salamence und drücken Dragon Dance. Delibird, mit Dual Wingbeat müssten wir es eigentlich One-Shotten. Werden wir nicht treffen. Ich dachte mir schon. Aber Botogil. Ach, aber das Ding kann Stachel rauslegen, spinnen. Also, der kann schon etwas gut. So, wie sind die Werte nochmal von diesem Ding, Ding, Data, Tinkerton? Sind wir greedy? Wir können hier auch rauswechseln. Wisst ihr was? Wir werden den Kalk anwerfen. Mich interessiert das jetzt schon, ob es auf Plus 1 für die Steffenswiese ist killed. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keine Sugarberry trägt. Und die Webseite muss auch laden. So, wir haben hier, wenn es fertig geladen hat, ein Salamence, Dragon Dance, gegen ein Tinkerton. 2, 5, 2. 2, 5, 2. Auf Plus 1. Okay, wir killen dieses Ding nicht, wenn der Füßdiff ist. Und, das heißt, wir wechseln raus in Fortress. Der hat eine Stallattacke im Base-Stack, 160. Okay, der hat einfach gejoked. Dann gehen wir auf Buddy Breath. Die Spikes brauchen wir jetzt nicht. Gigaton Hammer macht 30%. Gut, wir gehen jetzt mit Volt Switch raus. Er knockt auf uns, okay. Und wir gehen jetzt einfach mal in Jolteon. Und drücken Spukball. Predicting ist einfach mal das Gastelon. Oder wir hätten das Ding vielleicht killen sollen. Egal. So, wir gehen in Salamence und drücken ist EQ. Aber wirklich, warum drückt er hier Schwertons und geht nicht auf eine Feenattacke? So, Rotum Heat. Der kann hier Volt Switch drücken. Der will nicht auf Willow gehen. Joy Scarf, Willow Isp. Okay, Joy Scarf mit Dual Wingbeat ist akzeptabel, würde ich mal sagen. Also, da sind wir das schnellste Mon. Das passt schon. Dann Two-Shotten, wir auch gleich das Rotum. Willow Isp trifft nicht perfekt. Könnte es noch besser laufen, aber wirklich. Trick. Willow Isp. Volt Switch Overheat. Ehrlich, Joy Scarf. Es ist Low Ladder. Okay, es ist Low Ladder. Das beantwortet eigentlich alles. So, drücke Fallow. Wir gehen hier in Fortress, ob von Fortress und drücken dann First Impression mit unserem Slider Wing. So, First Impression killt es auf jeden Fall. Da könnten wir, wenn ihr in Gastronom geht, einfach Close-Kommel drücken. Wir sind auch schnell als Galagladi, also passt das. Im nächsten Kampf versuchen wir wirklich mit unserem Dom-Emissal zu boosten und versuchen zu gewinnen. Denn es sollte schon etwas tun können. Obwohl ich glaube, dass es zu schwach fürs Juju ist. Okay, das hat mich überrascht. Terror Blast, das hat mich definitiv überrascht. Aber wir können jetzt in Dadun Space gehen. Spark. Dadun Spark. Der Two-Shottet uns. Dammit. Boom Burst. Aber ich könnte jetzt immer EQ drücken. Der Chip ist da. Wir gehen ins Element. Und drückt... Wir könnten jetzt Rache. Wir drücken jetzt einfach mal EQ. Wir verlieren nichts. Ah, das ist bitter. Das ist extrem bitter. Wow. Wie konnte ich Levitate vergessen? Okay, ich spiele gerade jetzt nicht so gut. Surfer. Der wird nicht Drachomedia haben. Gut. Kein Two-Shot. Surfer macht guten Schaden. Wir können uns jetzt Recovern. Ah, wirklich. Das... Das ist bitter. Das ist extrem bitter. Ah. So, First Impression machte gegen ihn 35%. Okay, Booster Energy ist weg. Das ist jetzt nicht so schön. Aber egal. Ja, ich wollte gerade sagen, Vex predikten wir, dass er hier rauswechselt. Wir gehen einfach mal auf Earth Power. Der wird hier vielleicht nochmal auf diese Attacke gehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht vergessen, dass Trick of Allo Levitate hätte. Ja, gut. So, First Impression. Dann hätten wir das Game noch gewonnen. So, wir müssen Flare Blitz hier drücken. First Impression schneller. Hoffentlich hat er nicht Shadowsneak im Team. Im... ... 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 Und warum wir diesen Kampf leider verloren haben. Gut. So, der nächste Gegner hat den Regen-Team. Ja, Pelipper, Barracuda, Interon, Toxic Vag, Kilowatt Rel und Bishop. Gut, wir werden mit Cholzion leaden. So, hat dieses Ding Volt Absorb? Ja, also. Terror Blast Ice? Um das Ding zu killen? Jawohl. Wir nehmen natürlich erst den Typen Eis an, aber das ist eigentlich egal, da wir sowieso Volt Switch hier immer drücken können. Gut. Müssen wir hier wirklich Dummiesel wieder opfern? Fortress will ich mir noch behalten, Close Combat killt uns leider nicht einmal. Da seht ihr es, Dummiesel hat immer noch einen gewissen Bulk. So, wir gehen jetzt in Slider Wing und drücken. First Impression. Irgendwie gefällt mir das Item nicht so wirklich. Auf ihn, Boosty Energy. Toxic Vag, wir sind langsamer. Okay, wahrscheinlich hat der Predictor, dass ich raus wechsle. Wir haben immer noch etwas Bulk, wir hätten eine Tuck überlebt. Gut. Es ist immer noch so ein komischer Ramotzklund, der tankt immer jetzt was. Gut. Was will Gold Duck gegen Gastadon tun? Ich weiß es nicht. Psychic ist kein Two-Shot. Wir legen jetzt mal die Rocks raus. Gut. Irgendwie gefällt mir Surfer auf Gastadon gar nicht. Da will ich vielleicht noch eine andere Attacke drauf haben. So, Recover. Wer will das 1-1 jetzt wirklich spielen, oder was? Oder geht ein Pilip raus? Wir recovern hier einfach mal gut. Und drücken hier Surfer. Na wirklich, was kann man statt Surfer noch spielen auf diesem Pokémon? Clearsmog wäre eine gute Idee. Im Endomogu spielen wir in diesem Team einfach mal für Saliment. Vielleicht. Oder für Dummiesel sogar. Denn wir wollen mal einen Dummiesel-Sweep sehen, oder? Findet ihr nicht? So, Surfer macht guten Schaden. Also mich stört es nicht, wenn er hier drinnen bleibt und die Turns vergeudet. So, er geht auf die U-Turn. Okay, gut. So. Cholteon will ich mir behalten. Barracuda. Wir können hier in Fortress gehen. Oder wir gehen in Saliments. Wir prediken jetzt einfach mal einen Nahkampf. Saliments hat Bedroher. Der wird jetzt nicht auf Flip-Turn gehen. Oder hat der überhaupt Flip-Turn? Noch. Crunch. Kein Death-Drop. Sehr schön. Gut. Und wir gehen einfach mal auf Dual Wingbeat. Wir verlieren nichts. Wir tanken eine Attacke. Dann stirbt somit Gold Duck nämlich mal an, oder? Es ist zumindest guter Chip. Und das Pokémon kann nichts gegen Gastrodon tun. Da kann es nicht mal 3-Shorten. Also passt das Eisbill. Macht keinen Schaden. Wir gehen auf Recover. Okay. Ist der Choice-Backs? Maybe. So. Wir gehen auf Surfer. Wer in den Pelipper geht. Er geht in den Pelipper. Nice. Gut. Surfer killt es nicht. Dann können wir jetzt in Cholteon gehen. Denn er wird safe. Jetzt Ruhe drücken. Und da bietet sich Volt. Wechsel ist sehr gut an. Und er muss jetzt ein Pokémon abwerfen. Bishop bekommt immer noch guten Schaden ab. Aber weniger als ich dachte. So. Wir gehen jetzt in Slider Wing. Und drücken EQ. Wisst ihr was? Wir drücken los, kommt jetzt hier. Denn vielleicht geht der Pelipper. Er nimmt einen Fairy-Type an. Oh. Okay. Wir resisten immer noch die Attacke und gehen auf EQ. Okay. Dammit. Fortress. So. Und wir gehen auf Volt Switch. Er holt die Rocks raus. Okay. Das passt mir gut. Wir gehen jetzt in. So. Gastrodon. Cholteon. Wir gehen in Cholteon. Aber das ist nicht so gut. Goldsack holt rein. Das heißt, wir können in Gastrodon gehen. Perfekt. Und wir drücken Recover. Der Spätstreff Drop ist kacke. Das auf jeden Fall. So. Fortress hat er aber noch 100%. Das ist sehr wichtig für das Barracuda. Auf jeden Fall. Oder der Gegner gibt's auf. Okay. Dann werden wir den nächsten Gegner suchen. Und jetzt werden wir noch einmal versuchen mit Dummeisel zu sweepen. Und der Gegner bietet uns ein Team an. Wo man es vielleicht schaffen kann. So. Ja. Pomod. Fortress. Aspartra. Salamence. Pelopon. Barracuda. Gut. Wir liegen mit Cholteon. Mir fällt auf, die meisten haben keinen Crown-Type. So. Volt Switch. Also ich denke, der Boden-Type, der zu den meisten gespielt wird, der ist auf jeden Fall das Pokémon namens Gastrodon. Denn das kann Rocks, Spikes legen, hat eine Wards-Immunity. Was willst du mehr? Okay. Passt. Spezial. Defense Boost. So. Der kann jetzt wirklich sehr viele Hazards legen. Aber wir sind sowieso schneller. Okay. Pelipper. Wir können jetzt Boombust drücken und machen hoffentlich guten Schaden. Okay. Irgendein Pokémon. Rattle at Speed Boost. Das könnte uns vielleicht auch nochmal helfen. Nice. So. Von Barracuda tanken wir auch. Save an Attacke Pomod. Bekommt guten Schaden ab. Dammit. Leider stirbt es nicht so. Wechseln wir raus. Das ist die Frage. Also wenn es down ist, dann können wir mit ihm besser sweepen. Das heißt, wir gehen in Fortress. Und hoffentlich wird Fortress nicht getooshottet. Physisch defensiv mit Citrusbeere. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir können jetzt einfach mal Rapid Spin. Er hat kein Ghost Type. Das ist gut für uns. Er geht in Asphatra. Okay. Okay. Dieses Ding spielt man speziell offensiv. Das heißt, wir wechseln mit Voteswitch raus. Er boostet sich mit Calm Mind. Okay. Gut. Also, die Boost. Er kann uns nicht sweepen, denn wir haben First Impressen auf Slido Wing. Aber als erster muss Reflektor weg sein. So, wir gehen jetzt einfach mal in Jolteon und drücken Voteswitch. Er hat einen Speedboost bekommen durch. Hat der Temposchub? Nein. Der hat Speedboost. Holy Shit. Okay. Welche zwei Pokémon opfern wir? Jolteon will ich nicht opfern. Gastron dürfen wir nicht opfern. Fortress dürfte mir opfern. Oder müssen wir sogar opfern. Oder Protect. Protectet ihr halt. Wir gehen mit Voteswitch raus. Vielleicht überleben wir eine Taki. Okay. Der ist greedy. Wir können Slido Wing gehen. Und einfach mal auf First Impression gehen. Ehrlich gesagt denke ich mir, dass Choice Band Slido Wing besser ist. Er Protectet. Gut von ihm. Gut. Wir gehen in Fortress. Warte mal. Der ist ja safe schneller. Wir gehen in Fortress. Okay. Der hat jetzt einen Fairy-Type angenommen. Gut. Wir gehen jetzt in Duns Park und hoffentlich können wir Call-Mainten. Ah, der Speedboost hat mich aber kalt erwischt. Und Terra Blast schon wieder. Den Fairy-Typen. Ähm. Flare Blitz. Aber der killt uns trotzdem immer noch. Ja. First Impression. Ja, dieses Game haben wir leider auch verloren. Und schon wieder durch Terra Blast. Durch den Fairy-Typen ändern. Ob ich dieses Gimmicky-Set gut finde, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so wirklich beurteilen. Da. Ich. Noch mir denke. Ach. Ja. Das könnte ja diesen Typen haben. Ich gehe noch nicht mit dem Hintergedanken rein und sage, ach ja, das wäre ja gut gewesen. Hätte ich das gewusst. Und wir hätten Memento Mori drücken können, oder? Ja. Aber das Gastronaut in der Tuckett hängt von dem mit Speedboost Sword Power. Der ist ja insane. Wirklich. Den will ich auch mal spielen. Auf jeden Fall Leute, ich hoffe der Part hat euch gefallen. Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ich kann darüber nachdenken.